Du möchtest auch gerne dein Abitur an der FOSPOS machen, weißt aber noch nicht, welche Ausbildungsrichtung die richtige für dich ist? Dann bist du hier richtig. Wir stellen dir hier die Ausbildungsrichtung Technik etwas genauer vor und möchten dir damit bei deiner Entscheidung helfen. Du arbeitest gerne an Maschinen und tüftelst mit Freude an Lösungen für technische Fragestellungen? Du nimmst auch gerne mal einen Schraubenschlüssel oder Lötkolben in die Hand? Logisches Denken und mathematische Zusammenhänge sind genau dein Ding? Dann ist die Ausbildungsrichtung Technik genau die richtige für dich. Im Unterricht liegt der Schwerpunkt auf den Fächern Physik, Chemie und Mathematik. Das ist genau das, was du dir vorgestellt hast? Prima, wir freuen uns auf dich. Such doch gleich mal die passende Schule unter www.fospos.bayern.de. Das war ja jetzt schon ganz nett, aber noch mehr interessiert dich das Thema erneuerbare Energien? Dann schau doch einfach mal das Video zur Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie an. Und wenn das jetzt noch gar nichts für dich war, dann haben wir noch fünf weitere Ausbildungsrichtungen zu bieten. Da ist bestimmt etwas dabei, damit auch du sagen kannst. Fosbos, mein Weg zum Abitur.